Ich brauche das Lesen, ich brauche die Literatur, um das zu machen, was ich tue. Ich glaube, dass es keine konformistische Literatur gibt. Die Literatur ist eigentlich ein genereller Protest. Es gibt wohl kaum zwei berühmtere Männer, die sich in Staatskunst und Literatur so gut auskennen, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Literatur-Nobelpreisträger Mario Vargas Lossa. Die beiden diskutieren in einer Sonderveranstaltung des ILB hier im Kammermusiksaal über die Frage, was die Corona-Pandemie politisch und künstlerisch bewirkt. Die Fragen stellt Journalist und Moderator Jörg Tadeusz. Meine Damen und Herren, es ist toll, dass Sie alle da sind. Oh Mann, ey. Es ist für mich auch das erste Mal, hier drin zu sein, ohne das ganz viel Publikum, also nur das ausgesuchteste, qualitativ hochwertigste Publikum ist da. Und vor allen Dingen zwei Gäste, die es nun wirklich in sich haben, unser Staatsoberhaupt und ein Literatur-Nobelpreisträger. Bitte begrüßen Sie, meine Damen und Herren, den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Mario Vargas Lossa. Und ich freue mich jetzt, dass der Direktor des Festivals des Internationalen Literaturfests Berlin, Ulrich Schreiber, Sie alle hier begrüßen wird. Ulrich. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, lieber Mario Vargas Lossa, lieber Jörg Tadeusz, lieber Ignacio Olmos, die derzeitige Pandemie ist eine der größten Herausforderungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Kunst und Kultur sind, wie alle Lebensbereiche, in weiten Teilen stark betroffen und existenziell bedroht. Herr Bundespräsident, jetzt hat Uli ja schon zu Recht gesagt, dass Sie ein fabelhafter Präsentator der Literatur hier wären, durch das ganze Festival, wenn Sie nicht andere Verpflichtungen daran hindern würden. Würden Sie sagen, dass Sie, wie andere Leute das auch beschrieben haben, in dieser Krise anders gelesen haben? Vor allen Dingen habe ich die Sachen gelesen, die schon lange lagen und die ich mich nicht so richtig herangetraut habe, weil die Bücher so dick waren und die Intervalle, in denen ich lesen kann, oft zu kurz sind. Aber ich glaube, es ist ein großer Irrtum, dass man in diesen politischen Berufen aufhört zu lesen. Ich brauche das Lesen, ich brauche die Literatur, um das zu machen, was ich tue. Und dazu gehört eben auch der Versuch der Pflege von Freundschaft, Partnerschaft mit anderen Staaten, mit anderen Völkern. Dazu gehört immer wieder der Versuch der Verständigung. Dann greift man zur Literatur, weil man hofft und oft genug auch bestätigt sieht, dass Literatur am Ende so etwas ist wie eine Schule für Toleranz oder eine Schule für Empathie, weil uns Literatur die ganze Fülle von unterschiedlichen Wahrnehmungen derselben Realität vermittelt. Und darum höre ich nicht auf zu lesen. Jetzt haben Sie, Herr Vagaciosa, gestern Abend gesagt, wenn wir Bürger wollen, die nicht nur Zombies sind, Bürger, die nicht einfach nur all die Entscheidungen von Autoritäten, von den Mächten dieser Welt akzeptieren, sondern auch dagegen protestieren, dann müssen wir unsere Gesellschaften mit Literatur durchtränken. Muss es dann nicht jetzt literarische Werke geben, die diese Maßnahmen auch in demokratischen Staaten durchaus kritisieren? Die sagen, ihr seid zu weit gegangen, ihr wusstet das gar nicht richtig. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Die Literatur ist eigentlich immer Opposition, ist immer im Widerstand, ist nie konformistisch. Es gibt Bücher, die vielleicht mit einer bestimmten Politik einverstanden sind oder sich einverstanden erklären, aber im Großen und Ganzen und im Allgemeinen ist die Literatur immer dagegen. Die Literatur ist nicht etwas, was zu tun hat mit dem, was gefällt, sondern gibt die Illusion einer Welt, die eine andere, eine bessere ist, besser als die, die wir haben. Und insofern ist sie auch Ausdruck der Unsicherheit gegenüber der Gegenwart. Die Literatur ist eigentlich ein Zeugnis, das abgelegt wird für die nicht existierende Bereitschaft der Menschen, sich einfach konform zu erklären mit dem, was ist. Eine Möglichkeit, sich zu äußern gegen die Realität, wie sie existiert. Auch so viel Angst vor der Literatur, so viel Angst, dass sie eine Zensur einführen, Zensursysteme implementieren, denn sie wissen, dass die Literatur durchaus eine Gefahr darstellen kann für sie. In der Demokratie hat man oft das Gefühl, dass die Literatur nicht gefährlich ist, dass sie eigentlich nur Unterhaltung ist, Divertimiento, Entertainment, einfach eine Ablenkung, eine von vielen. Aber ich denke, die Literatur ist vielmehr noch Ausdruck der Dekonformität. Denn es wird ja ganz viel versucht, auch zu manipulieren. Und es gibt aber den Unmut der Bürger und Bürgerinnen und den Wunsch auszudrücken, dass man eben nicht konform geht, dass man nicht einverstanden ist, dass man auch den Finger auf die Wunde legen möchte, sagen möchte, da läuft es nicht gut. Und das ist das, was sich in der Literatur findet. Ich glaube, dass die Demokratien heute natürlich viel, viel weiterentwickelt sind und besser sind als die Demokratien der Vergangenheit. Aber in den Diktaturen ist es eben immer schlimmer. Eines der Bücher, was ich während der Corona-Zeit auch gelesen habe, ist die Biografie von Wolf Biermann. Die Biografie zeichnet nach, wie gefährlich das Wort sein kann. Es hat zum Auftrittsverbot für ihn 1967 geführt, 1986 zur Ausbürgerung aus der damaligen DDR. Vor zwei Jahren war ich bei Svetlana Alexejewitsch in Minsk, die sich jetzt der Opposition in Belarus angeschlossen hat und ebenso Opfer von Verhören und Drangsal der Sicherheitsbehörden in Russland ist. Was soll denn da künstlerisch bei rauskommen? Außer Dystopien, außer ganz viele gruselige Geschichten, dass der Alltag von einem Moment auf den anderen vorbei sein kann, dass die Normalität so fragil ist. Eine Erfahrung dieser Größenordnung wird mit Sicherheit Konsequenzen haben. Künstlerische, Literarische, in der Malerei, in der Musik. Aber man muss sich Zeit geben. In der Kunst wird nichts Unmittelbares produziert. Man braucht immer ein bisschen Zeit zum Nachdenken, zur Sättigung, um die Erfahrungen zu durchleben tatsächlich. Das ist der Wert von Literatur in einer Gesellschaft wie der unsrigen, wie ich ihn sehe. Und deshalb erwarte ich mir, dass mit Blick auf Ihre Frage, was Literatur mit der Pandemie, wie Literatur die Pandemie verarbeiten wird, erwarte ich mir von der Literatur in den nächsten Monaten schon, dass der eine oder andere sich mit den tiefen Strukturen der Gesellschaft befasst und sich danach fragt, was passiert eigentlich mit einer Gesellschaft, in der zum Beispiel die öffentlichen Räume nicht mehr zur Verfügung stehen, in denen das, was wir brauchen, uns begegnen, uns anfassen, umarmen, nicht mehr stattfindet. Was verändert sich eigentlich im psychosozialen Haushalt einer Gesellschaft, wenn wir über einen so langen Zeitraum unter Stressbedingungen gesetzt sind, die diese Gesellschaft schlicht und einfach nicht gewohnt sind? Ich glaube, dass sich Literatur damit befassen wird und ich bin mir sicher, dass sie auch Leser in der Politik finden wird. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg, meine Herren. Ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank, Herr Vargas-Jossa. Vielen Dank, Herr Bundespräsident, dass Sie uns heute zur Verfügung standen haben. Vielen Dank Ihnen allen, meine Damen und Herren, dass Sie heute hier bei uns waren. Dankeschön. Und natürlich den Leuten am Stream. Dankeschön. Applaus Applaus Dankeschön. 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 Dankeschön.